Auf einer Art Aura zu sehen, jetzt vielleicht Özil, Möller, Hütze, Frederic zu, Aaaaah! Und die Gerne-Karte gibt jetzt dazu. Die große Chance für Deutschland, schon früh in die Hühnung zu gehen! Die gelbe Karte für Pereira, er schiebt, er greift, und Gott sei Dank kommt Zufall. Eine Entscheidung, die man für einige Griffe getreten kann, spätestens nachher den Eltern, den Brasiliener, von Fezzi. Und jetzt die Chance für Thomas Mou. Und jetzt hier, die Blick mit Marianne, sagen wir, wer auf der Linie. Die Jesu tippt kurzherzend gegen Disney Retta. Hier,東, nach. Vielen Dank. Applaus Applaus